einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen bei freaky rough auf dem kanal ich habe heute ein kleines großes thema je nachdem wie man sieht jeder media book sammler kennt es man hat media book da gehen die trays kaputt oder die trays sind nicht richtig verklebt hängen schief dass sie so halb raus gucken aus dem media book und ich möchte euch hier mit ein kleines tutorial geben so ist jetzt so mein zweiter versuch jetzt diesmal möchte ich es richtig machen ja es geht um die trays was ihr dazu braucht ist auf jeden fall ein fön ein handelsüblicher fön kein männer spielzeug keine heißluft pistole das habe ich nämlich schon voll verkackt ihr braucht das media book in meinem fall hier das battle royale media book wo ich schon mal versucht habe den tray raus zu trennen und man kann es gut sehen dass ich es damals mit der heißluftpistole gemacht habe und das tray ist total verranzt und ihr braucht noch einen tray die könnt ihr euch besorgen ich habe jemanden über facebook kennengelernt der mir ein paar verkauft hat und dazu gibt es auch die passenden klebepope dazu ja wie gesagt geht da mit einem handelsüblichen fön hin damit ihr da nichts beschädigt und am besten habt ihr noch eine kleine karte oder so das habe ich vergessen ich habe das vor mit der kleinen karte ja aber das zeige ich euch jetzt so dann lasst uns mal anfangen das alte tray raus zu trennen müssen wir schon die klebepopel hier weg machen ich nehme hier die karte schiebt sie erstmal hier rein na scheiße genau und dann machen wir den ersten klebepuppe mal weg ab den ab den füllen jetzt hier auf mittlere stufe und mache ihn dann auf erste stufe lassen das ist schön warm das dürfte jetzt schon gehen oder zur ersten probleme weg schon probieren wir schon mal weg ein bisschen wärmer den film ich habe jetzt auf dritte hitze stufe mal gucken ob es da dann schneller geht ein bisschen hier lege ich mir mal die karte hin der lässt sich jetzt auch gut lösen die wie man sieht sind die wicked vision karten eigentlich ganz gut für sowas man legt sich hier hin sie können nicht mal an kleben und kann sich unten und schiebt es einfach dann hier runter ja perfekt jetzt noch die unteren da ist es extra auf so einem anderen ding auch hier diese klebepurbel hat sich gelöst jetzt noch einer und dann hammers letzte jawohl und so haben wir es jetzt hier das alte tray kann es auch hier kennt da habe ich schon mal mit mit einem heißluft pistole rangegangen und man sieht ja nicht gut hier oben die unversehrte mit mit normalen füllen man sieht mit dem fön passiert nichts heißluft pistole lasst es jungs dieses media book war so dass das backpaper hier das tray ist auf das paper hier und das paper ist dann im media book drin aber das hat sich jetzt auch schon gelöst das sind hier oben auch klebepurbel und das können wir jetzt korrigieren das stand nämlich auch so ein bisschen über mal gucken wir mal ob das hält hier haben wir noch ein paar rechte ja das hält jetzt hier haben wir noch ein paar rechte und den klebepurbeln das versuchen wir jetzt mit handelsüblichen feuerzeug bin sie ihn weg zu machen und mit einem tempo das heißt hier einen tropfen drauf nimmt das reibt das ein bisschen und ihr seht das ist wieder clean einfach feuerzeugbenzin damit lassen sich auch gut klebereste weg machen aber auch klebepurbel zum beispiel mein nächstes media book versuche ich mal mit dem hier aber wenn man es mit dem hier macht dann es gibt halt immer so ein geschmierer da muss man halt viel mehr reinigen unten noch und machen wir hier die ganze fläche noch und dann lassen wir uns das tray mal vorbereiten hier jetzt das tray hier hin hier hin hier hin hier hin hier hin so als nächstes nehme ich hier so ein skalpel set ganz kurz ganz kurz ganz kurz hier hin ab genau hier hier hole abziehen ich glaube ich habe den kleber ganz kurz so und jetzt können wir das trache einfach wieder rein kleben gucken dass es hier ich klebt anderen die richtig drauf liegt und fertig ist das media book repariert man sieht es ist wieder schön schön bündig repariert ja weil es so musste sein und repariert das gute ding so und fertig ist es media book repariert ja es sieht jetzt wieder schön aus neues tray drin ja wieder jetzt stolz drauf dass es wieder ordentlich aussieht das war so irgendwie so ein kleiner schandflecke meiner sammlung und ja wie ihr seht ist gar kein großes ding wichtig ist nimmt keine heißluftpistole auch wenn euch das testosteron sagt nimmt das hier nimmt das hier das ist männlich das ist einfach das mittel zur wahl nein lasst eure feminine seite ausleben nimmt man ganz normalen haartrocknen ganz normaler fön leider kein original fön von AEG aber es ist das gleiche ja als tipp kann ich noch geben ein skalpell damit ihr nachher schön fein die die folie von dem doppelseitigen klebeband weg kriegt feuerzeugbenzin zum reinigen ist auch immer gut ist auch fast leer da brauche ich neues ihr könnt auch die trays anheben und damit feuerzeugbenzin reichlich drauf tun dann innerhalb von eine sekunde löst sich das aber es gibt dann immer so ein geschmiere weil der kleber wird dann zum teil so auch flüssig und verteilt sich dann auch überall aber es ist auf jeden fall die sicherste methode ja das müsst ihr mal gucken im internet kann man welche bestellen oder auch auf facebook irgendjemand anschreiben wer mich auf facebook kennt kann mich ja anschreiben und ich kann den kontakt herstellen ob er noch welche abgibt der bestellt immer in großen mengen ja das war's wie ihr seht ist kein großes ding so ein meter book wieder zu reparieren wenn man es richtig macht wenn man weiß wie man es richtig macht und ihr wisst es jetzt richtig so dann hoffe ich konnte euch helfen euch hat spaß gemacht dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen tag guckt gerne filme guckt viele filme ciao ciao ja 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 je ja